Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Meerbusch. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 4.500 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020